Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das steht noch am Bahnhof Ich erkläre dir alles später Wie viel Bargeld hast du? Etwas mehr als 200 Euro Großartig, sehr gut Schlüssel? Danke Okay, los geht's Hast du Probleme? Gib mir eine Sekunde, ich will das kurz klären Ich kreuz hier mit einer Frau mitten in der Nacht auf Schnapp mir deine Schlüssel und dein Geld Also, was denkst du? Schatz, es ist... Es tut mir leid Sie hat Probleme Und kannst du mir sagen, wohin ihr geht? Zu einer Hütte Oben am Lake Lucerne Sie gehört jemandem, für den Sie und ich gearbeitet haben Das ist ein Teil meiner Vergangenheit, den ich nicht mit ihr teilen wollte Oder mit irgendwem sonst Glaub mir Es hat wirklich nichts mit uns zu tun Und wenn ich zurückkomme Ich schwöre, ich werde dir Alles erzählen